Frau Dommemuth, Frau Dommemuth, lassen Sie mich. Können Sie mich verstehen, Frau Dommemuth? Lassen Sie mich doch, Schwester. Ich will mal Ruhe. Ich bin nicht die Schwester. Ei, dann erst recht. Ich kann ja nicht immer mehr mit der Schwester. Sie wolle ja auch gar nichts mehr essen. Ich kann nicht. Krieg nichts mehr runter. Ab morgen soll sie ja künstlich. Das hat doch auch keinen Zweck mehr. Sag es mal, hat mein Mann. Hat der sie geschickt? Der soll sich bloß nicht einbilden, dass ich für den noch einmal ein Finger krumm mache. Für den habe ich mich lange genug abgeschuft, bis zum Umfall manchmal. Das ist mir jetzt direkt ein Trost, dass der jetzt keinen mehr hat und sich den Dreck mal allein sauber machen muss. Und wenn er wieder heirat, dann hoffentlich auch mit mehr Haaren auf den Zehen wie ich. Na, woher dann? Ihr Mann weiß gar nicht, dass ich hier bin. Und ihr Freundin? Freundin? Die soll mir gestohlen bleiben, die Annegret. Wo die sich niederverinteressiert hat, wie schlecht es mir gegangen ist die ganzen Jahre. Stell dich nicht so an, sag die doch zu mir. Noch einen Tag, bevor die mich hierher gesteckt haben. Aber, na, ich habe keinen Freund mehr. Ich habe nichts, was mich noch am Leben hält. Aber die hier im Krankenhaus, die glauben mir das einfach nicht. Ich glaube ihnen. Und deswegen bin ich hier auch gekommen. Weil ich gehört habe, wie es ihnen geht. Ich wohne auch in ihrer Parallelstraße. In der Eschbonne? Ja, genau. Da habe ich sie manchmal mit dem Fernglas beim Wäschaufwänger beobachtet. Ich dachte mir noch, wenn ein alter Mensch den nicht mehr richtig kann, aber sie sind doch noch in den besten Jahren, Frau Dommemuth. Aber jetzt tut es mir natürlich leid. Hätte ich bloß weggeguckt. Ich meine, dass ich das alles weiter geschwätzt habe an den Nachbarn, entschuldige ich Sie bitte. Sie kannte mich ja auch gar nicht näher. Aber die Annegrette... Moment einmal. Was habe ich sie weiter geschwätzt? Ei, das mit ihr in der Wäsch. Was war mit meiner Wäsch? Ei, das die so aussah. Es gibt ja viel, die so eine Art Grauschleier drin behalten, gell. Manchmal liegt sie auch bloß an der Waschmaschine. Aber ich wusste ja auch nicht, dass sie schon so krank waren. Ma, Wäsch, Grau? Ich hätte es ja nicht so krass sagen. Aber vielleicht war sie eher fleckig, gell? Und Streifschiss in der Unterhose. Ma, Wäsch, fleckig? Streifschiss in der Unterhose? Sag sie mal, bei Ihnen geht es wohl los. Ich habe nie in meinem Leben, fleckige Wäsch. Das nehmen sie aber sofort zurück. Geben sie zu, dass sie gelogen haben. Aber ich rieche sie sich doch nicht so auf, Frau Dommemuth. Ich wollte mich ja entschuldigen. Aber gelogen habe ich eigentlich nicht. Bettwäsch jede Woche. Oberhemden und unheuzeugt täglich. Ich werde Ihnen helfen. Fleckige Wäsch. Sie können was erleben. Frau Dommemuth. Sie darf sich nicht aufräschen. Von wehschen aufräschen. Ich werde Ihnen helfen. Sie nehmen sie sofort mal fleckig weg zurück. Und die Streifschiss in der Unterhose. Geben sie zu, dass das erstunk ohne Loro war. Ich wollte mich ja entschuldigen. Aber gelogen habe ich eigentlich nicht. Die sauberste von der ganzen Gegend war mal weh. Aber ich weiß, was Sie denken. Die Blätkuh sterbt ja sowieso. Und da hole ich mir noch schnell Ihren sechischen Firmagemeinheit. Aber vielleicht haben sie sich verrechnet. Und ich komme hier hinaus. Und dann schleife ich sie an ihren schwarzen Haaren durch unseren ganzen Ort. Und an jeder Haustiermisse gestehe, was für ihre dreckige Liegenerin sie sind. Also jetzt gehen sie zu weit. Und bei sowas wollte ich mich entschuldigen. Sie hören noch von mir. Ma, wäsch, grau, fleckig, streifschiss. So sauberwäsch haben Sie noch nie am Leib gehabt. Denken Sie bloß nicht, dass die Sache erledigt ist. Ich gehe zu meinem Anwalt. Der dreht Ihnen schon die Maschblase. Das glauben Sie aber. So eine Sauerei, wie Sie die hier verzappt haben, geht nicht so einfach das. Die hört ihren Lebenswillen wieder. Morgen frisst sie wie ein Scheunenrescher. Die Therapeutin geht jetzt zur Mittagspause und danach ist dann noch ein Fall auf der Männerstation. Den kann die Therapeutin bestimmt mit seinem Auto rumkriegen. Eine eingebildete Kranke weniger auf der Station. Sie brauchen gar nichts zu tun, als wenn Sie mich nicht herndete. Sie haben Mistvieh.